Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir jetzt vorstelle. Okay. Na, das wird nichts scheiße. Das wird hier nichts. Warte, so mal. Zwei. Zwei. Denn ich will ob das so klappt. War klar. So geht. Ja, so geht. Okay. Oh. Das sieht natürlich noch beschissen aus. Warten wir da. Wobei, wenn ich da einhabe, dann sieht es natürlich ein bisschen besser aus. Gucken wir mal, ob ich... Ah, schade. Okay. Wird ja klappen können. da bin ich... wenn ich... den hier mache. Da komme ich aber nicht rum. Ihr müsst da hinten hier rüber oder hier hin. Aber dann komme ich da, wenn ihr nicht runter, oder? Naja. Okay, dann machen wir das halt so. Ja, passt aber schon. Irgendwie passt das schon. Wir klettern mal hier hoch. Schauen wir das mal von hier an. Ja, passt schon. Kann ich mit Lehm. Da es ja da oben lang geht, kann ich eigentlich auch auf diese Höhe sein. Brauche ich nicht ganz runter... Nicht ganz runter gehen. Na komm. Dann brauche ich keine neue Verlegen. Ja, oder weniger. Außer hier muss ich runter. Mhm. Mhm. Also Motoren kommen echt wenig an, aber es ist egal. Im Lager sind ja schon einige. Und da staut sich das denn dafür nicht. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das mache. Warte mal. Ich habe doch hier einen Eingang. Ich könnte hier durchgehen. Dann hier rüber swappen. Hier lang. Hier lang. Dann hier mittig gehen. Warte mal gucken. Geht das? Aber nicht runter, sondern oben bleiben. Genau. Anders geht es ja nicht. Hm. Okay, warte mal. Ich muss es doch anders machen. Zwei. Okay. Da. sowieso einen noch rüber. Oder? Ja. So. So. Dann geht er mich bis dahin. Nee, warte mal. Kann er schon noch auf zwei Etagen hochgehen? Muss ich ja sowieso. Kann der hier da weg? Hat ja gar keinen Sinn. Ah, jetzt könnte das auch einmal umgebaut werden. Der könnte theoretisch. Ah, nee. Den lassen wir mal so. Weil der ja jetzt drüber geht. So. Schießen wir mal nochmal ab. Äh. Weil der soll ja hier wieder rüber. Ja. Wer ist da da? Ah. Könnte ein Problem werden. Ja, ist doch nochmal. Einmal einen Doppelten, bitte. Ah, das wusste ich. Das wusste ich, dass da jetzt ein Problem geben würde. Gehen wir mal vor. Ja. Immer noch. Gehen wir noch einen vor. Hm. Machen wir den hier mal. Doppelten. So, jetzt geht's. Den machen wir weg und dann machen wir einen Doppelten rein. Gerade, dass es die nicht einzeln gibt, so in der Links- und Rechts-Variante. vielleicht kommt das ja nochmal, weiß es ja nicht. So. Kann es da durchgehen? Äh. Genau. 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 Einmal. Na komm. Ne. Du kriegst den ja. Ähm. Ich hängig stehen hier dran. Das weiß ich ja auch nicht. So. Gehen wir da lang und dann müssen wir da hinten wieder irgendwo lang. Schauen wir mal. So, dann kommen wir mich hier raus. Ähm. Zupferblech brauche ich oben. Dies brauche ich hier oben. Normalerweise müsste er da rein, aber da Problem mit dem hier. Sagen wir mal, was habe ich, ich habe, ne, da habe ich weiter noch nichts gebaut. Ich würde den tatsächlich, wo lasse ich ihn denn rein? Ah, noch Kunststoff. Das muss ich ja EE löschen. So, noch. Äh? Achso, warte mal, da können wir ja Oh, warte, nirgendwo. Einmal. Zweimal. Oh, nee, ist den ihr ernst jetzt? So, hier hatte ich, nochmal mal hier. Das ist die Plantine, die jetzt rüber gehen soll denn. Na gut. Nee, warte mal, ich habe ja hier nicht was. Na doch, nee, ist ja richtig. Warum habe ich den hier noch nicht verbunden? Weil ich den falsch rum habe. Haha. Ich hoffe, das klappt hier. Ähm. Genau. Kommen hier die Plantinen lang. Dann. Will ich hier. Okay. Ja. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, man kann die drehen habe ich aber nicht und will ich auch nicht ich habe aber jetzt gerade mit Kupferblech ich mache das anders ich mache mich da oben lang leider eine andere Farbe aber das kann ich ja später fähren vielleicht kriege ich das sogar in diese Farbe hin nehmen wir uns trotzdem ein Splitter vor der zwar anders läuft als geplant da kam mich eigentlich das und dann war aber total verkehrt aber ist ja wurscht ne ich habe ihn hier noch umschauen ne das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht das müssen wir dann ein vormachen so wie ist dahin so ah ist schon besser das Ganze soll ja auch gerade verlaufen ähm für die Optik machen wir es hier genauso aber das hier weg das kommt weg der kommt da hin na komm so ja ob das ausreicht perfekt 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 das einzige was wir machen oder auch nicht machen ist das hier so hin ach das geht auch so oder oder das aus aber ich mache das so so vielleicht lasse ich mir was einfallen was denn so nach oben geht dass es dann so aussieht als würde es an der Decke hängen hier lasse ich mir auch noch irgendwas einfallen klar könnte ich jetzt abmachen aber es sieht ja noch irgendwie bescheuert aus weil normalerweise würde es dann süßig gar nicht gehen sooo dann haben wir das was brauchen wir nur noch Kunststoff Kunststoff ist das größte Problem denn Kunststoff ist am Arsch der Welt ne und da reicht auch tatsächlich unser Material überhaupt nicht aus ach ne wir sind ja hier noch gar nicht fertig haha früher gefreut genau das ist der da mhm das heißt warum mehr Licht äh nicht mehr Licht ne ob das so geht ach eins tief so so müsste es jetzt sein ja oh no gerade oder schief gerade wie geil ach ich liebe das sooo ach ich bin ja ohne Auto hier haha das steht ja da vorne irgendwo dann würde es sein dann lasse ich auch schon mal äh Kupferblech hier hinlaufen hm hm da noch oben ach steht schon wieder alles kein Problem kein Problem ich bin ja am Start so klap du wo nicht ein es das ist ja so